Gute und willkommen bei Barbecue Culture. Wir machen heute mal wieder eine Beilage. Wir machen heute uns Bohnen im Brötchen Bacon Mantel und wie wir das machen und was wir dazu brauchen, seht ihr natürlich wieder jetzt. Kommt mal mit. Und das sind unsere Zutaten. Wir machen uns heute das ein bisschen einfacher. Wir haben zum Beispiel hier keinen frischen Brötchenteig gemacht, sondern wir haben hier Knack- und Backbrötchen, wir haben Bacon, wir haben hier ein paar Bohnen und ein bisschen Öl zum anbraten und ein bisschen Meersalz mit geröstetem Knoblauch, um die Bohnen noch ein bisschen zu würzen. Und wie wir das Ganze jetzt verarbeiten, das zeige ich euch jetzt. Also kommt mal rüber. So, das erste was wir machen ist, wir nehmen uns hier unsere Bohnen und kappen uns jetzt erstmal hier vorne ein bisschen die Köpfe. So, unsere Bohnen sind geschnitten. Wir haben jetzt alle Köpfe ab und jetzt geht es schon an der Pfanne weiter. Da treffen wir uns jetzt. So, jetzt geht es hier an der Gusspfanne weiter. Da werden wir jetzt unsere Bohnen erstmal ein bisschen anbraten. Und dafür machen wir uns erstmal die Sizzle Zone an. Und jetzt lassen wir die Pfanne ein bisschen warm werden. Wundert euch jetzt nicht, wenn es ein bisschen im Hintergrund lauter wird. Hier geht gerade ein bisschen die Welt unter. Aber wir machen weiter. Wir bleiben dran. So, wir geben jetzt in die heiße Pfanne erstmal einen guten Schuss Öl. Also gar nicht so wenig. Und da rein geben wir jetzt direkt schon mal die Hälfte unserer Bohnen. So, wenn unsere Bohnen langsam überall Farbe kriegen, dann nehmen wir hier unser Meersalz mit dem gerösteten Knoblauch. Ihr könnt natürlich auch einfach Knoblauch schon mit reingeben und ganz normales Salz nehmen. Aber ich habe das jetzt gerade da. Und das geben wir jetzt gerade dazu. Einfach zu der Hälfte ungefähr. Also anderthalb Teelöffel. Und jetzt warten wir noch, bis das Ganze noch ein bisschen mehr Farbe bekommen hat. Und dann nehmen wir die erste Fuhre schon runter. So, die Farbe sollen unsere Bohnen ungefähr kriegen. Die nehmen wir jetzt runter. Und dann kommt die nächste Fuhre. Und dann treffen wir uns, wie es weitergeht. So, unsere Bohnen sind fertig. Die haben jetzt hier drin. Die dürfen jetzt noch ein bisschen abkühlen. Und wir kümmern uns in der Zeit mal um unsere Knack- und Backbrötchen. Die hier langsam schon am Brett festleben. Leider. Die nehmen wir uns jetzt und rollen die uns jetzt erstmal. Möglichst zu einer langen Wurst. So, wenn wir jetzt so eine lange Wurst haben, nehmen wir uns jetzt hier unseren Bacon. Legen uns den hier drüber. Und jetzt können wir gleich schon anfangen, unsere Bohnen zu wickeln. Ha! Jetzt geht's los. Dazu nehmen wir uns möglichst gleich lange Bohnen. Und jetzt geht's ans Wickeln. Das wird jetzt ein bisschen komplizierter. Legen die uns hier so drauf. Und jetzt versuchen wir das hier einmal, um die Bohnen zu wickeln. So sollen unsere Pakete dann später aussehen. Und das mache ich jetzt mit dem ganzen Rest auch noch. So, unsere Päckchen sind fertig. Ich finde, die sehen schon cool aus jetzt. Ich tue jetzt gerade den Grill vorheizen auf indirekte Hitze, ungefähr 200 Grad. Und dann wandert das gleich auf den Grill. Da sehen wir uns dann wieder. So, sein Grill haben wir vorgeheizt auf 200 Grad, indirekt. Wir haben links den Brenner und rechts den Brenner an. Und hier unser Backblech stellen wir uns einfach an die Mitte. Denk dazu. Und jetzt sehen wir uns wieder, wenn der Bacon aus dem Kost geworden ist, das Brötchen aufgegangen ist. Sehen wir uns wieder. Bis bald. Sorry nochmal für den Regen, der hier ein bisschen die Soundkulisse kaputt macht. Aber wir gucken jetzt mal rein. Wir sind jetzt ungefähr 20 Minuten, 25 Minuten bei ungefähr 180, 200 Grad. Und jetzt schauen wir mal rein. Ja. Also ich muss sagen, es ist nicht ganz so geworden, wie ich es mir erhofft habe. Die sind leider ein bisschen aufgegangen. Hätte man vielleicht noch ein bisschen dünner rollen sollen. Aber ansonsten, von der Farbe her und sowas, sieht das alles gut aus. Das holen wir jetzt runter. Ja, und dann müssen wir noch probieren. Also bis gleich. Unsere Brötchen sind fertig. Sie haben nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Aber zum Teil schon. Und es sieht super aus. Und jetzt müssen wir natürlich noch probieren und schauen, ob das Ganze auch schmeckt, so wie ich mir das wenigstens vorgestellt habe. Dann nehmen wir uns mal eins. Ich muss sagen, vom Geschmack her, besser als es aussieht. Richtig geil. Also der Belken gibt noch ein bisschen Salz dazu. Also bei dem Boden gar nicht so viel Salz. Also das, was wir gemacht haben, war vollkommen ausreichend. Dann ist Brötchen dabei. Richtig geile Beilage. Ich lasse euch. Unbedingt mal nachmachen. Und wenn ihr es nachgemacht habt, schreibt es mal unten in die Kommentare, wie ihr es fandet. Lasst doch mal ein Abo und einen Daumen nach oben da. Dann verpasst ihr solche Gerichte nicht mehr. Und wir sehen uns immer Mittwoch und Sonntags gibt es neue Gerichte. Also am nächsten Mal wieder dabei sein. Euer Mark Zubatical Culture. Und tschüss. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020